Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie sind in der letzten Woche zu drei Dreifachmorden, richtig? Er hat ihn umgebracht und dann seinen eigenen Sohn? Also gibt keinen Sinn. Naja, es kann sein, dass ein kleiner Zusammenhang besteht. Sie stehen in keinem Zusammenhang. Jeder Täter wurde vom nächsten Täter getötet. Ihre Stadt ist in großer Gefahr. Wollen Sie nicht, dass die Morde aufhören? Hören Sie mir lieber zu. Ich bin Jäger, Dämonjäger. Sie sagten erst einzigartig. Inwiefern? Ich habe den Körper gewechselt, bevor man es töten konnte. Wollte man es töten, wurde man selbst besessen. Und was machen Sie mit ihm, wenn Sie ihn finden? Oh, ich setze mich und unterhalte mich mit ihm. Warum hast du das Böse in diese Stadt gebracht? Die Macht Jesu bezwingt dich! Was möchte lösen, der Exorzist? Keine Panik, Leute. Es war nur ein Gummigeschoss. Das hat sie gern. Es will, dass ich es töte. Ja, scheint mir auch so. Wenn dieses Ding ihrer Seele verschlägt, nimmt es ihren Körper ein. Und dann ist Chicory Creek nur noch die Hölle auf Erden. Nein, Evelyn, tu das nicht! Erschieß sie nicht! Wie lange jagen Sie schon Dämonen? Es war so eine Art Familienbetrieb. Weihnachten war sicher spaßig.